Mit so ner Scheiße willst du mich wirklich besiegen, man? Davy ist n Superheld, guck mal wie schnell der fliegen kann Der Kassler Lappen fickt locker so'n harten Kerl Ebola-Style, trifft Millionen mein schwarze Herz Ich hab seit Jahren nichts erreicht, klar Davy Und du bist schon seit ein paar Jahren die Eins, hä? Kannst kaum glauben, wirklich und passt, da warst du ein Müll, du schreibst, ey Was ist bitte mehr 0815 als deine 0815-Line? Du Opfer, ich mach nur mit beim M.O.T., damit die Leute auch sehen Dass auch außerhalb vom Bett ist, was geht, aber das scheinst du ja nicht zu verstehen Ist okay, doch dein Problem ist, ich bin nicht wie das oder das Denn ich treffe nicht irgendwen mit meinen Lines, sondern nur dich Straight, bin kein Star, äh, hab ich auch nie gesagt Doch nach meinem Sieg über dich spiel ich auf dem Splash zum dritten Mal Ja, vielleicht auch vor deiner Mahm, die letzten Jahre war sie schon da Katte die Parts besser als wir, heb dir keinen Arm, doch schenk dir einen Arsch, äh Du fickst mein Leben mal gar nicht, ich wär gern wieder im Flugmodus Dann müsst ich mir deinen Kram gar nicht ansehen Deine Wii-Vergleiche, lächerlich, Mann Bei mir läuft's wie bei einer grünen Ampel Achtung, ist um die Ecke gedacht Brauchst du kreative Lines? Frag Davy Jones Ey, hast du mal nen Wii-Vergleich? Frag Davy Jones Kiko ist wie, ist wie, er ist der unvergleichliche Gewinner dieses Battles Hast du grad kein Wii dabei? Frag Davy Jones Wie wär's mit noch um die Vergleich? Frag Davy Jones Davy ist wie, ist wie, ist wie, ist wie, mein Vergleich trifft so ein Ausmaß an Scheiße sein Orgasmen auf Toiletten haben, ist echt angenehm Deine Mama bläst an jedem Ort sofort, ich kann's empfehlen Nicht wie die Beiträge, die du so gemacht hast Gegen Kiko ist M.O.T. nicht mehr Akuna Matata Ich sag mal so, wenn man die Schule verkackt hat Wie du kam, man kein Studium anfängt, versucht es halt anders Und wird der übelste Rapper Niveau ist lyrisch im Keller, schreibt Texte und zerfetzt danach Epileptisch wütend die Blätter Alles was du sagst, trifft leider kein bisschen Ich soll Koks, Trecken, Baller, wessen Leid sind hier beschissen Hättest du dich mit meiner Person befasst, hättest du vielleicht erst das gefunden, was irgendwie knallt Außer paar austauschbaren Lines, kann doch nicht sein, Davy Ist echt hardcore behindert, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht auf Wu-Tang machen Ich kenn grad mal so Rizzers, shit Trotzdem bums ich dich unbeschwert Mach Salah Jordan, nimm deine Vorlage, Gedanken dann und geh die Punkte klären Brauchst du kreative Lines? Frag Davy Jones Ey, haste man die Vergleich? Frag Davy Jones Kiko ist wie, ist wie, er ist der unvergleichliche Gewinner dieses Battles Hast du grad kein Weed dabei? Frag Davy Jones Die Vergleich? Frag Davy Jones Davy ist wie, ist wie, ist wie, dein Vergleich trifft so ein Ausmaß an Scheiße sein Ich packe Ott auf die Waage und muss Opfer ertragen Dem ihr Kombi nicht zahlen B-R-D-U Das glaub ich dir kein bisschen, Davy Deine Frau starb an Hero und du tickst es, Davy